So und dann warten wir mal hier bis das elfte Türchen hier aufgeht. Mal gucken, was wir da so cooles drin haben. Oh, fuck, da ist ja gar nichts drin. Hallo zusammen, willkommen wieder beim großen Allround-Baskel-Adventskalender-Gewinnspiel. Ja, heute haben wir schon den 11. Dezember. Ja, dann warten wir jetzt gleich mal drauf, wenn das Türchen aufgeht, ob da irgendein cooler Gewinn von euch drin ist. Für euch drin ist so. Oh, da ist das Türchen aufgesprungen. Oh, da ist eine ganze Menge drin und sogar für mehrere Leute hier. Da gucken wir uns die Geschichte mal hier vorne an, was alles drin ist. Ja, hier haben wir, hier ist ein Zettel drin hier, Teil ist auf drei Gewinne auf. Der Weihnachtsonkel. Wir haben hier eine Smart-Socket Air von Loxone. Wir haben hier einen 24 Volt RGBW-Dimmer, Air. Und haben hier einen großen Schraubenzieher-Satz. Da müssen wir gleich mal gucken, wer das alles gewonnen hat. Ja, da hat der Weihnachtsmann ja schon mal hier in das Türchen reingeguckt, was hier so alles drin ist. Hier steht ja drin, Teil ist auf drei Gewinner auf. Der Weihnachtsonkel. Hier ist der Zettel hier drin. Ja, dann gucken wir mal, wer jetzt gewonnen hat. Und zwar, damit ihr auch wisst, wie das funktioniert, habe ich ein Programm von TubeBuddy. Das ist ein YouTube-Plugin. Oder da machen wir eine Bildschirmaufzeichnung. Bing. So, das könnt ihr hier sehen. Hier oben, das ist die Allround-Buster News 3418. Da habe ich ja gesagt, darunter muss gepostet werden. Und dann gibt es die Funktion Pick a Winner. Und dann gucken wir mal, wer die Smart-Socket Air gewonnen hat. Ratter, ratter, ratter. Patrick M. hat die Smart-Socket Air gewonnen. So, und dann gucken wir mal, wer den Air-Dimmer, den RGBW-Air-Dimmer von Loxone gewonnen hat. So, wer hat sie jetzt gewonnen? Running Rabbids hat die Dimmer gewonnen. So, Pick another winner. So, und jetzt kommen wir zu dem Vera-Schraubenzieher-Satz, den wir hier drin haben. Den hat der Hansi gewonnen. Ja, schreibt mir eure Adressen im Kontaktformular auf unserer Homepage unter allroundbustler.de. Schreibt eure Kontaktdaten und euren YouTube-Namen rein. Und dann schicke ich euch den Gewinn zu. Wir haben jetzt den Glückwunsch an die Gewinner. Aber das könnt ihr, habt ihr schon mal gesehen, wie das hier funktioniert, wie ich die Gewinne auslose über den Zufallsgenerator. Ja, und dann würde ich sagen, bis... Ja, da würde ich sagen, bis morgen zum nächsten Türchen. Macht's schwer gut. Tschau. Bis zum nächsten Mal.